hallo ihr lieben dort draußen eine ganz herzliches willkommen bei ls 22 neighbors ihr seht es ist 21 uhr 49 und ich bin schon völlig gespannt was hier so abgeht denn wir wollen nämlich eine kleine seite machen hier aber feuerwehr oder es kommt auch gleich nämlich zum vorklühen der macht mir schnell was trinken nämlich noch ein bisschen weisen hier so jetzt wollen wir gucken wann da kommt den fortliegen ja doch meine hier und grüße ja grüße machst du mal bitte sein sein tor auf ist schon öffnen ich stehe an dem anderen ja das ist seit heute früh schon öffnen aber mich können wir hin wo man macht es dort zu rion so muss ich mal riese warum ist das tour zu ich habe hier noch zwei bürger sie sind das bei der feuerwehr schon blinken ja nur schwand böses das kann doch nur scheiße werden wo machst du den traktor an du rindvieh oh nee lass die finger d'offen so warte ich geh mir schnell hernein das haben wir hier guck hier mal warte wo bist du ach ja so bitte so brust 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 du sag brust ihr sag wer kommt denn da heute alles wisst du das deine freundin was für eine freundin also nicht im sinne von beziehung sondern freundin eben ja genau ne freundin und was soll das sein regelmäßig ich hatte die letzten bisschen belabt und dann müssten wir mal wieder uns mal aussprechen unter nachbarn ist das ist doch scheiße wenn man streit heute weißt du wie ne schlipp oder was hast du dein übermanne äh ja ist jetzt schon noch eine drinnen brauchst du oder was ja weißt du was können wir lass uns mal rüber gehen in der weile mal sehen was die machen wir schlendern mann über aber hier der fastes müsstest müsst ihr alle wieder runterbringen und new holland hat mich schon angerufen der schlepper wird demnächst abgeholt ah ja ok ach mal bist du überhaupt schon irgendjemand mit dem ballenwagen gefahren nähe ich habe ja nicht mehr ballen technik warum hast du den dann geholt wenn sich ja noch mal zurück da müssen wir jetzt hin das weiß ich nicht ich würde sagen cool ja also findet ihr die zeit vor geht nicht also ich finde schon heute ging die ganz schön schnell vorbei ok da haben sie recht ja oder hast recht so sind wir alle schon da ne he ne einer fehlt noch der dj kommt um 22 Uhr hoffen wir ach so mit dem dj und der herbert ja der kommt hoffentlich auch noch und der stefan und der stefan da fehlt noch der alte sache oh er ist da glaube ich oh er ist da der dj aha jetzt werden die bierflaschen raus geholt ey wo ist die spezial mische ja warte ich bin gleich wieder da ja so hier habt ihr ne palettchen bier dürft euch bedienen ey mach das ding aus jetzt ist immer noch stress mit den nachbarn hier denkst du die christine das ist bei der musik sag mal obsi ist das deine musik ne 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 also schöner schlacher wär mir jetzt auch lieber Mann ey schlacher ne 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 mal ne 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 keine ne 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 So jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn die alle? Ah, da kommt er mit der Spezialbeschiff. Ach so. Ah, der fährt wie eine besenkte Sau. Ich glaube der ist aus einem Schweinestall ausgebrochen. So, wir haben noch was im Büro gehabt hier. Ah, wo ist der der Stefan und wo ist der der Herbert? Das weiß ich nicht. Ruf den mal kurz an, warte. Ruf den mal an, genau. Das macht mir die Feuerwehr immer Müll, hier oder wisst ihr, solche Paxen? Ja, ich weiß nicht, wer das... Feuerwehr gibt es ja hier nicht. Ja, schwieriger, ja. Also ich habe hier zumindest noch nie ein Feuerwehrfahrzeug gesehen. Außer halt das KMZ von unserem Polizisten. Ja, na wenn dann mal alle da sind, dann können wir ja mal anstoßen. Wer will denn eine Wodka haben? Nehm ich. Nehm ich alles, was ich kriegen kann. Ja. Danke. Ist doch jemand Wodka? Ne, ich nehme recht. So, die beiden wollen noch arbeiten. Ich habe Wodka reif geschmuggelt. Was, die wollen noch arbeiten? Die wollen arbeiten, ja. Ja. Das sind nicht das für Club ist, die seigneur Hörken. Ja, nein. Mora aus. Oh, scheiße. So, wo ist der Oskar schon wieder hin? Ja. Oh ja. So, na gut. Dannst du mir ein bisschen ab hier, hein? Wir brauchen einen Tag, hierzu. Ja. Ja, gut, ja. Wie gearbeitet. Walz... Walzerisch. Ansehen habe ich schon gehört. Ich habe auch angesehlt, ja. Ich habe halt gepflügt heute noch. Gekrobot, angesehlt, gepflügt, alles, Schweine gefüttelt. Ach, das ist schön. Perfekt. Ja. Ja, fällt wieder vor. Geil. Ist halt voll Pfosten. Normalerweise ist der bei alkoholischen Getränken immer super da Ja eigentlich ist er immer da, aber ne Habt ihr noch mit dem gemacht? Ja der hat irgendwie die Arbeit interessiert Seit wann der das? Hat mich noch nie interessiert Noch jemand was da? Ey wo ist die Spezialmischee? Ne, auf den Wasserhahn hab ich die rein Wie? Ja ich auch Langsam gefällt mir das hier Ach guck mal wer kommt Servus Servus Na es geht doch Moin So haben wir es jetzt fertig hier gearbeitet Na dann Ah das Bild ist noch nicht fertig Ja heute wird nicht mehr gearbeitet Heute wird immer gefeiert, los Hattest du schon ihr Bier aufgemacht? Warte mal Spezialmischee ist ein Getränkespender Wo die? Hier oder was? Ne ne hier Wo die? Ach hier Hat der da oben rein geschüttet Was ist denn das überhaupt eure Spezialmischee? Da hast du ja eingezept Das weiß Das ist jetzt mal selber nicht mal Das mach du Hacke dicht Das haut aber rein Das haut aber rein Das haut aber rein Hei 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 Bei Manne draußen kacken will die ne? Nicht so wie letztes Mal Na misch ne Hab ich vorhin gerade auch Oder ist die Polizei auch Das mach ich auch mal ne Oh ich sag dir so jung Hab ich mich schon lange nicht mehr gefühlt Party Juhuuu Hat das nicht gerade weh getan? Der Oskar ist hier noch auf den Kopf gesprungen Das ist ja Das ist aber ein ganz schöner Beat den ihr hier habt Ja das ist der beste DJ hier in der Umgebung Echt? Mhm Ja Gitte Wir wissen wenn doch Herbert kömpfelt wirklich nicht oder was? Ne der hat gesagt der kommt nicht Der muss noch fertig machen Oh nee Dann mach mich fertig So Vodka runter Ja Wobbe Ja Woll Danke Ja hier 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 Danke Danke Ja gut Hallo Der ist gut Ja Der ist gut Also Party Obe Sporty Ja Ich hab da angebot und so ne? Ja hab ich schon gesehen Oskar kannst du das sonst auch umsonst machen? Wüsste Oskar kannst du uns im Sonst machen? Nein hier das Angebot Achso Machst du für Angebote im Sonst Aber der macht schon so dicht der würde Der macht schon eine Sarmaschinenangebote, macht der Oh Sehr Ich glaub der macht das umsonst Ich glaub der wär schon so dicht Es ist doch Oskar oder alles schon zu besürfen oder ich das da auch schön fliegt Ah das war krass Ja, bei mir auch, ey. Also, ich glaub, boah. Sagt, du möchtest das jeden Abend hier, oder? Ich glaub, das ist hier jeden Abend, ja. Also, ich glaub, das ist keine Feuerwache. Das ist, glaub ich, einfach nur ein Club, der getarnt wird als Feuerwache, ne? Das kann natürlich auch sein. Deswegen wohnt der Polizistische. Ja, was will denn der hier alleine, ne? Oh, die ist aber ganz schön, ey. Da kommen wir zwei, drei, das zieht dann auch hier. Ich nehm auch noch eins. Oh, ganz schön. Fein, fein, fein. Die zieht auch ganz schön rein, du. Ja. So, da geht doch auch Sen ganz schön ab hier, wuhu. Ich hatte ja noch aus Versehen meine Taschenlampe an. Ich hab ja noch eine Dose pinkes Farbe hier empfunden. Ich hab sie nicht mehr auf einen gezogen. Oh, 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 oh. Mal mal ein polizistischer Autopick geraten. Seitdem es nicht drei Müll gibt. Was ist das hier für ein Auto? Oh, 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 oh. Was ist denn eigentlich schon hinten? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Manne, der Rigolaf hat eine pinke Farbe empfunden. Oh. Hey. Ob der zu dreimal schnell gespritzt, oder was? Ja, ja. Da war so eine F***. Manne. Aber das ist das eigentlich für ein Knopf. Komm mal zur Seite. 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 Oh, so ist es besser. Zu mir. Gut. Wir haben keinen Platz. Aber echt. Im Schweißenden Stall. Oh, Leute. Ich bin seit 7 Uhr. So. Oh, das ist ein Sehtchen. Oh, Nachfahren. Oh, je. Hey. Komm mal nachfahren. Ey. Was ist los? Ey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, alles gut. Oh, ich war mal kurz beeingeneckt. Lass, ihr geht's mal. Nee. Ich habe jetzt auch ein Knopf eingetreten. Oh, ich... Eieieiei. Schön, dass du das Auto. Ich löse, ja. Frau Kohl, ich wusste ja nicht, dass Sie ein neues Auto haben. Das sieht echt trotzdem scharf aus. So, die Rosent geht voll ab hier. Juhu. Oh, du. Ey, lass das nicht. Ich werde den Hund mit dem Auto drehen. Ey, ey, ey. Das wird doch nicht, Stefan. Das wird doch nicht. Voll du. Das wird nicht einfach mit dem Auto weg. Du könntest wählen. Da gehe ich aber lieber ein bisschen rüber. Alex, du Pius, bleib doch mal stehen, du Automat. Was? Der Automat ist weg. Was? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Oh, was? Von der Mitte. Und du willst Bescheid. Noch ein bisschen. Von dem Mini zu dem CD vom Zack 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 Zack. Rot! oine. Oh ne. Das ist aber ne ganz schöne Party heute, hör mich selber. Oh nein, eine geht noch. Also genau das kommt immer noch, geht noch. Keinem nach, geht noch. Einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch. Leute, Leute, von der Mitte zur CD vom Zack Zack Zack. Prost! 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 Margarit! So! Frau Hansen! Du siehst ja auch gut aus! Wie willst du dich einbauen? Du siehst ja auch gut aus! Ach, ne mit euch! Mir ist irgendwie ein bisschen schlecht langsam. Ja, also mir Me dreht sich für mich! Wollen wir mich mit ein bisschen kurz hier hin und dann mach das Auto! Dann bitte kurz hier an! Oh du bist ja mein Kuss! So! Das war gut! Jetzt kann ich mich noch einnehmen! Das ist nicht Ihr Auto! Das ist nicht ihr Auto. Das ist aber auch großartig. Da spielt ihr das Kind. Ich wollte nämlich mit. Ey, Hilfe. Oh, dann geht es um den Weg, du leckst mich am Arsch. Dann geht es um den Weg, du leckst mich am Arsch. Das muss man ein bisschen rutsitzen. So, ok, dann geht es um den Weg, du leckst mich am Arsch, du leckst mich am Arsch. Ich glaube es nicht. Es ist noch nicht da? Ja. Oh, nein. Du kannst ja auch Auto-Dick schnell überlappen. Coolie! Ja? Es ist noch ein Wodka hier. Ja, hier bitte. Aber ist es hier, Tim? Hallo, ich bin hier. Ja, bin ich doch. Ja, ich bin gerade am falschen Mann vorbeigelogen. Ach. Ja, aber gut. Es ist aber jetzt fast schon Kotzgrenze. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist extrem! Das sehe ich schon! Leute wissen die eigentlich wo der Herfeld ist? Der will arbeiten! Der fährt immer noch Runden auf seinem Feld. Ey, ich glaube die braucht Hilfe! So, weiter! Sportiii! 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 Ich mach mir eine Schnitte! Ich kotze nicht! Ich bin trinkfest! Sportiii! Sportiii! Ich möchte es! Wuhu! Also jetzt werden wir mal gehen! So! So Obst! Zu dir geht's! Du musst mich auch ein bisschen stützen! Also jetzt wird es hier langsam ein bisschen zu... Also jetzt kommst du hier langsam zur Ausschreitung! Ist das geil! Oh ne! Nimmst du mich mit! Nimmst du mich mit? Oh, die hört sich ja richtig, du! Ja, ich nehm den schon auch mit. So, okay, meine Lieben, werden wir noch ein wenig feiern. Verabschieden wir uns aber schon einmal, weil jetzt kommen nämlich die richtigen harten Sachen. Das können wir euch nicht zeigen. Das wird ein bisschen zuendien jetzt alles. So, weil jetzt geht's nämlich... Was hast du gleich gesagt? Ich möchte bitte, oder was? Hey, ich mach mir nichts mit, hab ich gesagt. Und dann? Felsich nicht mehr. Ich brauch's bis zu bitte. So, ne gut, alles klar. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass den Trämmchen da. Und wir feiern jetzt hier noch richtig ab. Macht's immer gut. Tschüss und tschaui. Wuhu. Tschüss. Tschüss.